Schokopudding Hey, woher kennst du denn überhaupt meinen Namen? Hm, du hast ihn noch neulich selbst rausgetrötet. Markus Darmon, geboren am 2. April, 14 Jahre alt, Blutgruppe B, befindet sich derzeit in der 8. Klasse der Autori Privatschule. Vor 10 Jahren ist dein Vater plötzlich verschwunden und seitdem lebst du ganz allein mit deiner Mutter und deiner kleinen Schwester. Okay, und wer bist du? Yoshino, digitale Abwehrtaktik-Sondereinheit. DATS, schon mal was davon gehört? Hm, was soll das denn sein? Wir von der DATS sind dafür da, Digimon und andere unbekannte Lebensformen, die aus der digitalen Welt geflohen sind, unter Kontrolle zu bringen. Und was denkst du jetzt, hat das Ganze mit mir zu tun? Raptor 1 zum Beispiel, den du versteckt hältst, ist ein Digimon, das der DATS entkommen ist. Meine Aufgabe ist es jetzt, ihn wieder einzufangen. Es ist nicht zu euch zurückgegangen? Komm schon, hör auf mir was vorzumachen. Und überhaupt, du Nase, Digimon können normale Lebensmittel gar nicht essen, die kriegen Digimon-Futter. Aha, und wo kann man das bitte kaufen? Das kann man nicht so einfach kaufen. Das gibt's nur bei der DATS und zwar reichlich. Und wenn du mit der DATS nicht zusammenarbeitest, wird Raptor 1 weiterhin hungrig sein. Okay, könntest du mich denn zu dieser DATS mitnehmen? Ja, klar. Ja. 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 Ja.